Was geht ab Leute, euer Flaps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video und heute in dem Video möchte ich auf jeden Fall, dass du sehr aufmerksam zuhörst, denn ich werde dir etwas sehr sehr Wichtiges mitteilen. Wie du bereits mitbekommen hast, gibt es in den Ingame-Neuigkeiten ein paar Informationen zu der Season 8, denn die Season 8 steht vor der Tür. In wenigen Stunden aktualisiert sich auf jeden Fall hier der Battle Pass und Epic Games hat hier auf jeden Fall eine mega coole Aktion gestartet und zwar das Ganze mit dem kostenlosen Battle Pass. Wenn ihr 13 Herausforderungen absolviert, bekommt ihr den Battle Pass kostenlos. Ich habe jetzt hier 12 von 13, sobald ich jetzt die 13. gemacht habe, bekomme ich den Battle Pass dann sozusagen kostenlos auf meinen Nacken von Epic Games. Das ist eine mega coole Sache und das finde ich auf jeden Fall von Epic Games eine richtig richtig coole Sache. Das Hälftige daran ist jetzt Leute, was ich euch eigentlich ursprünglich sagen möchte in dem Video, ihr könnt mich wirklich kostenlos supporten, ohne etwas im Shop zu kaufen oder sonst was. Ihr wisst Freunde, ich setze mich hin, mache die Videos hier für euch und dieses Mal möchte ich auf jeden Fall, dass ihr mir diesen einen gefallen tut und zwar das Einzige, was ihr tun müsst Leute, bevor ihr diesen Battle Pass bekommt, also das zählt nicht, wenn ihr ihn jetzt freischaltet, sondern bevor ihr ihn bekommt, dann geht ihr hin Leute, geht in den Item Store, trägt hier mein Supporter Creator Code, ein FRPZ-YT, dann nehmt ihr das Ganze an. Sobald ihr das bestätigt habt Freunde, macht ihr auf jeden Fall diese ganzen Herausforderungen und sobald ihr diese abgeschlossen habt, bekomme ich die Provision davon. Das heißt Epic Games schenkt dann sozusagen uns auch die Provision von dem ursprünglichen Battle Pass Preis. Das ist auf jeden Fall eine richtig heftige Sache und das Krasse daran ist Leute, ihr müsst wirklich nichts bezahlen, wenn ihr das einfach kostenlos freischaltet und sobald die Season 8 losgeht und ihr den Battle Pass bekommt, dann bekommen die Creator sozusagen die Provision davon, was eine mega coole Sache ist und auf euch kommen null Kosten hinzu. Deshalb würde es mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr mich supporten würdet. Ihr wisst selber Freunde, ich gebe mir immer sehr sehr viel Mühe, wäre auf jeden Fall eine mega coole Sache, nachdem ihr mich hier supportet habt, könnt ihr auch gerne wieder einen anderen Creator nutzen, aber ich würde mich auf jeden Fall mega darüber freuen. Ich bin offen und ehrlich mit euch, ich möchte auch auf jeden Fall kein Geheimnis oder so machen. Wie gesagt, einfach hier die Herausforderungen absolvieren. Ich werde euch mal ganz genau zeigen, wie das Ganze dann aussieht. Ihr seht, ich muss nur noch eine Herausforderung machen, muss nur noch einmal dem Busfahrer danken in einem Match, dann bekomme ich sozusagen auch diesen Battle Pass. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hin, starten irgendeine Runde, es ist vollkommen egal, welche Runde wir starten. Ich starte einfach Gruppenkeile und dann, Freunde, danke ich dem Busfahrer, dann kann ich das Ganze auch schon direkt verlassen. So Leute, auf jeden Fall sind wir jetzt hier im Battle Bus. Ich muss jetzt dem Busfahrer nur noch danken. Ihr seht, ich habe das Ganze absolviert. Schon kann ich das Ganze verlassen. Ihr wisst, in Gruppenkeile kann man diese Mission machen und dann direkt verlassen. Und dann habt ihr das Ganze soweit eigentlich auch schon fertiggestellt. So Leute, und sobald ihr diese Meldung hier bekommt, wisst ihr, dass ihr den Season 8 Battle Pass kostenlos bekommt. Und wie ich bereits schon sagte, wenn ihr diese Meldung hier bekommen habt, geht auf jeden Fall hin und gebt auf jeden Fall meinen Supporter-Creator-Code ein, frpz-yt und schon könnt ihr mich kostenlos supporten, ohne etwas im Item Shop zu kaufen. Finde ich auf jeden Fall eine mega coole Sache von Epic Games. Vielen, vielen Dank hier auch auf jeden Fall nochmal an Epic Games, dass sie diese coole Aktion hier starten. Und wie gesagt, Freunde, ihr habt nur noch 58 Stunden, um diese Herausforderungen zu absolvieren, um den kostenlosen Battle Pass zu erhalten. Und jetzt hier an der Stelle soll es auf jeden Fall gewesen sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne mal einen Daumen da und vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Vielen, vielen Dank für euren Support. Haut rein, geht mit dem Flow, euer Frips.